Wir fahren heute zur Dubai Hills Mall. Das ist eine andere Mall als die Dubai Mall. Also es gibt die Dubai Mall, die kennen die meisten, die ist ganz groß. Und die Dubai Hills Mall ist etwas kleiner und die besuchen wir jetzt, weil da waren wir noch nicht. Da besuchen wir, ja, da treffen wir eine Frau. Sie ist Immobilienmaklerin und ich habe sie kennengelernt über TikTok. Und, ja, die treffen wir jetzt dort. Sie wollte uns gerne mal kennenlernen, wie das so ist. Sie ist begeistert, dass ich alleinerziehend bin mit mehreren Kindern, alleine wohne. Fand ich auch sehr interessant, sie kennenzulernen und bin begeistert. Sie ist nach Dubai ausgewandert und wohnt in Dubai tatsächlich seit fast einem Jahr. Und das interessiert mich natürlich auch. Genau, und es gibt auch Berichte über sie, beziehungsweise hat sie Interviews gegeben. Ja, jetzt bin ich mal gespannt und freue mich darauf, diese Frau zu treffen. Und, ja, wir nehmen euch ein bisschen mit und mal schauen, was wir sie zeigen können. So, diese Mall ist etwas kleiner, viel kleiner wie die Dubai Mall, viel, viel kleiner. Ja, und es ist eigentlich auch sehr schön und viele Geschäfte. Ja, es ist sehr, sehr klein, aber schön, sehr schön. Ja, ich bin klar, ich bin klar, ich bin klar, ich bin klar.